Musik Wir machen jetzt zum vierten Mal ein Sommerfest hier in der Buchhandlung Degenhardt und wir haben uns in diesem Jahr das Motto Frankreich ausgesucht, weil Frankreich zum einen Schwerpunkt auf der Frankfurter Buchmesse ist. Seit Jahren fahren wir also mit unseren Kunden dorthin. Die Kunden können also hautnah Autoren kennenlernen, an etlichen Lesungen teilnehmen und sind immer wieder ganz begeistert und melden sich sofort schon wieder fürs nächste Jahr an. Ich mag die französische Literatur persönlich auch sehr, einfach durch die Vielseitigkeit auch. Also es gibt auf der einen Seite wirklich diese locker leichten Romane, dann können die französischen Autoren aber auch sehr tiefgründig sein und es gibt super tolle Krimis, die also wirklich unglaublich spannend auch sind. Also man sollte sich unbedingt mal bei den französischen Autoren umgucken, da gibt es sicherlich ganz tolle zu entdecken. Musik Wenn das Fest heute Abend vorüber ist, werden wir uns schon wieder Gedanken über das nächste Fest machen. Natürlich ist es so, dass wir ganz, ganz viel lesen. Wir lesen auch schon immer vorab, also bevor die Bücher überhaupt erscheinen, weil wir natürlich auch aussuchen möchten, was möchten wir gerne verkaufen, passt das, gefällt uns das. Wir tauschen uns untereinander aus. Was wir unseren Kunden anbieten können, welches Motto wir nehmen und welche Bücher wir empfehlen werden und was wir kochen und backen werden. Ich glaube, Buchhändler sein ist ein Beruf und da gehört das Hobby unbedingt dann auch dazu. Musik 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 Musik